So, ja, äh, das ist ein kleiner Teil, den ich nachkommentieren muss. Äh, ja, erstmal hallo. Ähm, zur sechsten Folge von New Super Mario Brothers U. Ja, das wird das einzige Mal sein, wo ich die Folge mal, die Folge nur mal richtig sagen kann. Ja, ist ein kleiner Feld passiert und zwar habe ich den Teil vergessen noch in die letzte Folge mit reinzuschneiden. Ähm, also das Level wollte ich eigentlich noch in die letzte Folge reintun, ist mir aber erstmal später aufgefallen. Ähm, und, ja, nachdem ich das schon hochgeladen habe, ja, praktisch in die sechste Folge. Das Problem war, ich habe die Audiospur und alles schon, also die Audio, also die Original, ähm, Tonspur war weg. Also nur von diesem Level, das sind nur, jetzt vier Minuten jetzt, ne. Also, nur vier Minuten hört ihr dieses Nachkommentierer ein, danach wieder der ganz übliche Live-Kommentary. Ähm, ja, hier seht ihr auch verzweifelt, wie ich an der ersten Starcoin, äh, dran bin. Aber, ja, auf jeden Fall habe ich das vergessen, aber ich konnte noch zum Glück, ähm, hier die Videodatei retten. Also, die konnte ich wieder zurücktun, weil ich die ja meistens noch, äh, lasse. Weil für die Thumb, Thumb-, né, Thumb-, für die Thumb-Mails kann ich dir halt bei meinem, äh, Videobearbeitungsprogramm, äh, viel leichter die Bilder machen. und daher konnte ich das noch wiederherstellen, aber nur die Audiospur konnte ich halt nicht mehr wiederherstellen und ja, das hat leider jetzt passiert. Ich entschuldige mich dafür und ja. Dagegen kann man leider nichts machen und ja. Wir haben auch direkt hier ein Secret gefunden. Das ist auch sehr schön, aber mal sehen. Ich hab's nicht direkt hochgeschafft, ne? Es sind jetzt nur 4 Minuten, also das ist kein Problem. Danach denke ich mal, werden diese Fails nicht passieren. Ich bin jetzt schon mittlerweile zu meinem Zeitpunkt schon relativ weit. Also ich bin nicht fertig, noch nicht zu meinem Zeitpunkt, aber so gut wie kann man sagen. Ich hab die 5. Welt schon fertig und ja. Aber ihr werdet es ja in den nächsten Tagen sowieso sehen. Also ich kann nicht sagen, wie lange das Netzplay geht, weil ich die nur noch schon aufgenommen habe und nicht bearbeitet und gerendert habe, abgesehen jetzt bis hier. Weil das muss ich jetzt noch machen und danach kann ich halt weiter rendern bzw. weiter bearbeiten und so weiter. Ja. Und hier war die zweite. Sehr gut. Und wie wir zur dritten kommen, das seht ihr auch gleich. Das ist ja auch ein kleiner, aber feiner Trick. Mal erstmal rum in die Halbzeitflage, die wir wunderschön holen. So. Ja, das kann ich ja so viel sagen. Wo ihr es eigentlich jetzt seht, müsste ich jetzt eigentlich im Urlaub sein. Also ich hatte das Urlaubsvideo schon gemacht und ja. Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich dauernd hier sollte ich sagen, obwohl, Moment bevor wir dazu kommen. Hier seht ihr nochmal den Mini-Pilz, den wir jetzt kriegen. Und der hat im Vergleich zum Nuss-Urmal-Pros-Wii einen Unterschied. Und zwar können wir durch Wände hochlaufen. Ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Und ja, jetzt kommt die Stelle. Das ist eine Stelle, die viele Versagen manchmal. Also einige Dummheiten machen. Was mir, als ich das mal angetestet habe zu spielen, auch passiert ist. Also perfekt bin ich hier. Aber als ich das gespielt habe, war es so ein bisschen her. Und ich habe eh was alles vergessen, als ich angefangen habe. Nur manche Sachen konnte ich mich erinnern. Und weil hier die dritte Stackung. So. Ja. Auf jeden Fall, wo ihr es sehen müsst, da ist ein Secret Exit, müsste ich im Urlaub sein. Und ja. Zwei ein bisschen ungünstiges gestartetes, aber naja. Ich glaube, ich genieße auch meinen Urlaub. Wenn ihr im Urlaub seid oder wart, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr Urlaub gemacht habt. Und ja. In dem Sinne sage ich es, bis zum... bis gleich zur Live-Aufnahme. Bis dann. Und ciao. Natürlich wollen wir dieses Level noch normal beenden. Und das Tumor auch. So. Erstmal mit dem Atem hier direkt. Oh. Hier war schnell hochgeflogen. Hey, hol dir. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Dann gehen wir hier hoch. Dann nehmen wir aus dem Schneiderwinger. Ersten. Boah. So. Äh. So. So. Gut. Nein. Egal. Wir haben die Halter erreicht. Boah. Aber ich will die Ben schon groß erreichen. Nicht klein. Nein. Oh, Mann. Ich will den Pilz haben. Ich will den Pilz haben. Scheiß Pilz. Oh. Toll. Selbstmord. Geil. Und ich will dieses Scheiß Level nur beenden. Mann, 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 Mann. Ich will jetzt klein und mickrig wie immer wieder. Toll. Geil. Wieder ein Fail. Hast du einen Fail und schon bist du wieder drin und dann hast du wieder einen Fail. Eine Never Ending Stone. So. So. Jetzt kann er mich mal in Ruhe lassen. Gut. Oh, ey. Ich und Würfe, ne. Das ist ja ein... Oh, nein, ey. Was machst du da, Mario? Na. So. Super. Springen in den Tod, ey. Da wurde auch hingerast. Äh, äh, äh. Boah, Junge. Ui, ei, ei. Kein Item drin. Oh, warum ist hier kein Item drin? So. Die eins, oder? Nein. Ja, ohne. Ach, Leute. Das ist ein Verzweiflung. Aber wir haben es geschafft, ach, wir haben es geschafft, ach, wir haben es geschafft, aber ja, wir haben es geschafft, damit dieses Level, beendet. So. So. Wir gehen mal hier weiter. Oder, warte, da. Hier oben. Hier oben noch nicht, ne? Stimmt, oder? Gehen wir mal hoch. Ist übrigens jetzt mittlerweile eine neue Aufnahme. Äh, ja. Piranha-Pflanze auf Eis. Oh, ich bin hier mit Mini-Mario. Oh, probieren wir es einfach mal. Äh, Fan-Fan-Moi halt. So. Oh, je, je, je. So. Ah, muss ja schnell eine Star-Con hier holen, ne? Oh, nein. Je, je, je. Toll. Scheiße. Ich bin so schlecht. Naja. Wie geht das nochmal? Nein. Hey, geht das nicht? Ach. Ah, B. Okay. Ich wusste nicht. Ich dachte, Minus wäre das so. Ich muss mal auf meinen Bildschirm gucken. Dann weiß ich das. So. Münze. Nein. Ach. Oh. Scheiße, ein Pilz. Scheiße. Ah, ja. Hier muss man schnell rein. Genau. Für die Star-Coin. Jawohl. Boah, so easy, Mann. Ja. Naja. Das war es, der Anfang. Ich glaube, danach wird es nicht so einfach. Hui. Hörtschel. Ja. Oh, Item. Naja. Ne, komm. Ich hoffe mal, hier oben ist da nichts. Doch, da muss was sein. Ja, da ist was. Nein. Boah, scheiße. Dammte. Ja, ich habe noch einen Pilz drin. Hol ich den mal lieber. Dann kriege ich ja direkt da. Dann ist er sicherer. Wir müssen nur schnell zu Star-Con. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Da war nix. Da war nix. Hier war es. Nein. Oh. Ja, Feuerblume. Das wird helfen. Na, ja, ja, ja. So, fällt mir nicht. Boah, ja, 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 ja. Was mache ich denn da? Ducken, ducken, ducken. Nein, ist doch eine Idee. Aber egal. Haben es geschafft. Ich glaube, Pinguin ist hier das Beste, aber das kommt erst. Ja, ein bisschen weiter später. Geile Begründung. Bisschen weiter später. Was habt ihr nur hier? Oh, nein. Ah, gut. Ach, ja, ja, ja. Ach, du Scheiße. Muss man hier warten, oder? Nein. Man darf gar nicht warten. Ach, Scheiße. Oh, das ging ja. Ich dachte, man muss irgendwie anders. Keine Ahnung. Egal. Das ist die zweite, ne? Genau. Läuft ja. Boah, dann nehme ich nicht in den Abgrund fallen. Ui, ei, ei. Verlernt habe ich es noch nicht. Nein. Nein. Doch, ich habe es verlernt. Sehr verlernt. Mega verlernt. Verlernter geht es ja nicht. Ach, Mann. Gibt es überhaupt eine Halbzeitflagge? Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt keine. Das ist nur mein Gefühl. Mein Gefühl kann sich sehr schnell täuschen. Ja, okay. Oh. Hui. Scheiß drauf. Ah, jetzt habe ich das item schon geholt. Oh. Ich bin noch sehr, sehr schlau. Oder ist das noch da? Kann nicht sein. Muss weg sein danach. Ja, ist weg. Sehr, sehr intelligent. Intelligent gemacht von mir. Ja, dann müssen wir uns einfach ein bisschen beeilen. Geilen Bandsprung. So geht das. Und dann sind wir wieder dran. Oh, Mann. Jetzt setze ich 5 Minuten an diesem Level, ey. So ein Kack, ey. So. Nein. Oh, Mann. Wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Krass. Oh. Ich bin erleichtert. Oh. Das ist nie oben. Oh. Nein. Nein, das ist die dritte. Runter, 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 runter. Oh, nein. Oh. Da ist die Zielflagge. Geh rein. Ja. Oh. Das war knapp, ey. Oh. Das war Nerven. Das war Nerven. Eieieieieieieieiei. Oh, das war knapp. Das war nicht im ersten Run, aber wir haben es in einem Run geschafft, alle Coins zu holen. Und wow. Wohin geht es so lang? Auch ein sehr, sehr langer Weg. Und bitte. Okay. Hier hin. Könnten direkt hingehen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir speichern. Gut. Dann sind wir schon mal gesaved. Sehr gut. Gut. Oh, nein. Da habe ich nicht. Ah, ey. Ich will das Pilzhaus rein. Oh, Mann. Jetzt muss ich mir merken. Wichtigstens ist oben merken. Oben. Oben. Oh, verpisst euch. Oh, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wer das war. Na toll. Ja, hol mal den einfach. Scheißegal. Bitte, bitte. Nein! Scheiße. Der Pink hat mich dann verwirrt und dann... Ja, hast halt Pech gehabt. Kannst halt nichts machen. Steinspike Staccato. Staccato, okay. Wir haben ja bald auch Welt 2 beendet. Oh, ja, ja. Ah, die Musik, äh, die mag ich. Oh, ja. Joa. Bisschen früh... Früh sterben will ich jetzt auch nicht. Okay, das ist einfach. Ah, ja, 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 das ist doch nicht so einfach. Na ja, ein anspruchsvolles Spiel. Das wird ja jeder haben. So und Ah, da rein Ah, jetzt Hier ein Flughörnchen wäre nicht schlecht Bitte, hier ein Flughörnchen Flughörnchen Ich bin zu klein Ja, Flughörnchen Ja, verliere ich gleich wieder Boah, ich kann das noch Ja, gut Ich hoffe, ich habe nichts übersehen Na, ich lasse Das lasse ich mal lieber Okay So Oh So kann man die auch holen Jetzt bin ich so dreist Oh, nein, oh, ja, ja, ja Clever, ne So Oh, was mache ich denn da Man merkt schon, wie gut ich damit umgehen kann Ich kenne es, ich kenne es bei Let's Base Aber ich habe es selbst noch nie durchgespielt Deswegen Ich wollte es immer machen, aber War die Zeit Ja Ich bin sehr schlau Und da muss ich rein Sehr gut Ich bin drin Oh, da ist auch ein Item Okay Ah, ja, ja, ja Ich muss warten Jawohl Boah Das ist ja einfach scheiße Knapp Oh, gut Okay Mache ich das mit dem Item oder nicht Warum nicht Komm schon Ja, komm her Super Oh, je 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 Mach ich denn da Achso, das Wir müssen wir fahren Okay Nas Moment 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 immer anders, immer anders, höchstisch. Okay. Nein. Oh, Mann, was mag ich denn? Ja, so geht dat. So machen wir es. Die goldene Flagge geholt und ja, da haben wir einen Run geschafft. Sehr schön. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall.